Kannst du eine kurze Meinung zum Ripple-Win gegen die SEC sagen? Ganz wichtiges Thema, die SEC hat verloren, Ripple hat gewonnen, XRP ist laut US-Gericht kein Wertpapier. Zum Teil. Und hier kommt die Krux an der ganzen Geschichte, denn wenn man sich mal das ganze Urteil durchliest, ich habe jetzt nicht jede einzelne Seite gelesen, gibt es ein zweischneidiges Schwert, denn das Gericht behält sich immer noch ein Hintertürchen offen, was der SEC durchaus gefallen dürfte, denn XRP, ja, ist kein Wertpapier in Bezug auf die Ausgabe an Kleininvestoren. Das ist für uns gut, das ist für Kryptobörsen gut, problematisch wird es allerdings, dass auch XRP an institutionelle Investoren ausgegeben wird und wurde auch im Rahmen der Partnerschaften und das ist ein Problem, denn das könnte ein Wertpapier sein. Und hier haben wir es wieder, es gibt trotzdem keine klare Entscheidung, es gibt eine Entscheidung, die ist positiv, die Tendenz ist sehr positiv und das ist definitiv ein Gewinn für die Krypto-Industrie und für Ripple, vor allem auch für XRP. Das hat sich im Kurs auch direkt wieder gespiegelt, 100% ging es hoch, dann wieder leichter Abverkauf, XRP auf jeden Fall erstmal auf der Gewinnerseite. Aber die SEC bereitet sich vor, es kann durchaus zu einer Revision kommen, also das Ganze wird dann nochmal aufgerollt und die Entscheidung, die dann kommt, ist final, final und könnte dann sogar auch als Präzedenzverdienen. Und das ist der einzige oder das einzige Argument, warum man vielleicht als SEC nicht in eine Revision gehen möchte, weil man diesen Präzedenzfall in der Härte vielleicht gar nicht erschaffen will. Das US-Gesetzsystem funktioniert dann eben so, dass wenn so eine Gerichtsentscheidung dann mal ja auch in der Revision durch ist, dass es ein Präzedenzfall ist, woran sich andere Gerichte orientieren, meist machen die das auch und deswegen super Win für Krypto, Stand jetzt, sollte es zu einer Revision kommen, zieht sich das Ganze nochmal wieder länger, sollte es so bleiben, bleibt jetzt erstmal bei dem kleinen Gewinn, trotzdem hat die SEC ganz klar signalisiert, ob Bitcoin ETF oder eben die Regulierung von Kryptoassets und die Einordnung, ob Wertpapier oder nicht, das wird noch ein langer und zäher Kampf und deswegen ist jetzt auch noch nicht die Hyper-Bullen-Stimmung. Für XRP auf jeden Fall, aber auf jeden Fall mal der Sargnagel, der rausgezogen wurde und Sargnagel ist wirklich übertrieben, es ist eine sehr gute Nachricht.